Der Port 22 geht an unsere Geschichte wieder. Dort sage ich, dass du kritisieren oder neigst schon. So, dass wir wieder an Quarier kommen, wort der wir, wort es uns vor dem Leben. Fingen wir uns hier an oder sagen wir frei von dieser Dinge. Weil wir uns von Briefe, wortet ihr von der Weile uns lernen? Ich kann auch mal lernen, das ist so schön, nicht? Wenn wir lernen, dann wird unser Ehe einmal gelagert, ja. Und einmal scheint er nicht so. Das sage ich nur den Bräderstudium, wo John Gottmann gedauert hat, gingen 15% von Männern über dem Nächste weg von, wenn sie einen Streit haben mit ihrer Früh. Vor einem Morgen rüppelt dort viel Hustier. Wegen seinem Blutdruck und Hutschlag gingen viel Hecher und blieben länger hoch aus, bis in der Früh. Wenn man dort rüppelt, kann ein Mann sich leicht überwältig fühlen, von einem Früh er Negativ kritisieren. Und er fällt sich nicht nur durch die Schöpfung. Der Früh sieht so eine Fertal durch ab, und dort kann er neue Bühne, und der Hutschlag geht dort noch nicht nur hoch. Der Mann, und er unten sieht, sieht der Fertal aus einen Streit, wo er einen Leicht konntet der Speich verlieren, und das merkt sich, dass er eine Bühne pumpen wird. Dem Bräderstudium wird der Mann stark. Er sagt nichts, mehr in der Zeit war ich. Wenn er gefragt wird, was er nach dem Nächste, sagt er so etwas aus. Ich brauche nicht dort zu werden. Der Früh sieht dort vielleicht so, dass er nach dem Nächsten nicht läuft, aber er sieht dort nicht so. Er versucht einfach, dort zu gehen, wo er nicht ist. Aber seine Früh denkt, er schafft er zu sehen. Wo geht dort? Dort hat er bloß Nächsten, weil er von Erweich gönnen. Waren sie bloß ein oder zweimal ein Bild gekritisiert hat? Gott, man sagt, so eine Umstände können ein Frieden der Krise geben. Besonders in so einer Ehe, wo viel Streit ist. Gott, man sagt, wenn eine Früh hässlich wird, in Umfang zu verachten, dann ist der Ehe ein Irrste hier vor. Wenn die Krise nicht gebrochen wird, wird der Ehe ziemlich sicher in den Ehen gewonnen. Wo früh ist und ja sich Streit leisen. Meine Erfahrung macht die hunderte Ehe Portnach, die er gut gegriffen hat, dass dort meine Ehe, was ganz wirklich gut ist und ständig geworden ist und fortgegangen ist. Er ist früh, es sind gewöhnlich, dass du kritisieren, dass du reden, dass du wollen, dass du schlagen und beraten möchtest. Du seid auch früh, es wird schnell geworden, aber nur meine Erfahrung nach, nur wenn ja. Wir sind dort so, wenn eine Früh steil wird, dort der Zeit wegen seiner Vertriebe verloren hat, dort er nur noch erhört, heilig wird. Und so lange nur die Gemeinschaft überhaupt nicht aufgegriffen hat. Wie ihm dort sind hunderte Säuer, wo sich gebrochen hat, er sagt, wenn er das Gebrochen hat. So eine Früh wird ein Läubes mit einem Mon, wo er den Mischte-Tit dich bei einem Mon kommen wahnsinnig geläubt. Zum Beispiel. Dort ist das erste Jahr an der Ehe, in der es zweimal hängig herunter, lud, gewaßt nur auf dem Kurs, ohne wo zu sein. So sagt er sich selbst. Das ist alles. Wo kann er so ein Bedacht sein? Wo ist es am wichtigsten? Sie ist das ganz letzte? Das ist so läufig. Wenn er heute der Mann kommt, sagt er, wo es läuft, wo es läuft, wo es läuft. Wie Martin redet. Wie Martin nicht gerade redet. Bitte sagt er, du und redet mich. Wenn eine Früh nur so ist, und er nur noch kommt, kommt er gerade so noch, und sagt er mir ja, dass er fremd wird. Wenn früh ist, und er sich streit haben, dann sagen sie gewöhnen, spät, wo sie fallen. Sie sagen, wort er hört es, wenn sie wollten, dort wort er unter eine Veränderung bringen. Irgendwann er, wort ein von einem sagen, ich will er euch. Dann wort der andere sagen, nee, ich will auch er euch. Wollt ihr mich vergeben? Und der andere sagt, sicher, wort ich dir vergeben? Mit der dort wörtlich leut. Dann führten sie sich an, luden ein paar Tränen rauf rollen, und meist führts lachen sie. Das ist so. Das ist so. Es war nicht so. Ich will die Dinge ganz ran bringen. Das ist so. Und der Früh wird früh laufen. Das wird mit dem Mond krank so erschrocken. Und mit dem Barsch der Freund man früh früh. Wenn Träbel kommt, und sich wird läuft, dann ist das bloß so. Das ist 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 so. vollkommenert. Vorkomner geworden. Ein Cuuro voller. Ich b----IN di Mozart. Dот du m3ageß. Der machte, wo der und ein Laufs harrschen. Weich von enttu o2. M poist du dir früh Curtis Crofo geben. Voller Maud. Ab darstunden wem dort fehlt. Und warte ich an diesen Form. Wo sem stärker an stärker geworden. Dat die Ekhed Lägelhackern geworden. Se passa sign LO Volt an machon. verbunden zu wollen. Geh für ein Kroof zu verzeihen. Geh für ein Kroof sich zu umarmen. Seht, was das fehlt, sich dort zu gut zu wollen. Seh ich ernst, in diesem, was das fehlt, dass ich keine Wortlich steig sein kann. In die Nomme, Jesus. Amen.